Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal in Crater stehen geblieben bei den Raidern und hatten uns ja in der letzten Folge einmal um die tägliche Operation Verbindungsgerät drüben in dem brennenden Bergwerk gekümmert. Wir hatten uns zum ersten Mal eine Operation angeschaut. Gut, und jetzt steht ja eigentlich an, dass wir zwischen den Raidern und den Siedlern entscheiden und das heben wir uns noch ein bisschen auf, wie gesagt. Daher werden wir uns jetzt mal mit dem Event beschäftigen. So, gehen wir erstmal hier raus und steigen wir mal in unsere Powerrüstung ein als allererstes. So, und dann schauen wir gleich mal auf die Karte, denn hier in der Nähe ist gerade ein Event aktiv. Ein Event, das wir noch nie gemacht haben, von daher würde ich mich gerne darum als nächstes kümmern. So, gucken wir uns jetzt auf die Karte. Da drüben ist es auch schon das Event Hornstrauchsterben. So, ja, können wir direkt dem Event bzw. dem Ereignis hier beitreten und da heißt es, rette die Hornsträucher. Gut, haben wir, wie gesagt, noch nicht gemacht. Also von daher werden wir uns jetzt mal darum kümmern. Alles klar. Also, wir sollen uns optional Dünger jetzt besorgen, haben wir die ganze Geschichte 20 Minuten Zeit und wir sollen in drei verschiedene Farmen Dünger einsetzen, laden, einladen. Okay, gut, schauen wir mal auf die Karte, denn man hat uns hier offensichtlich in der Mitte postiert, in Ordnung. Und da unten gibt es den Dünger. Dann werden wir das mal versuchen, auch in der Zeit zu schaffen. So, dann werden wir erstmal runter gehen und den Dünger besorgen. Der muss da drüben irgendwo im Haus sein, so wie das aussieht. Und dann besorgen wir uns den mal. So, schauen wir mal, ob uns hier irgendwas auflauert. So, machen wir erstmal ein bisschen was anderes, wie gesagt, bevor wir weiter mit den Raidern oder den Siedlern machen. Mittlerweile bildet sich da bei mir so eine gewisse Präferenz raus, mit wem ich das gerne machen möchte. Aber da lasse ich... Oh, da haben wir erstmal einen Protektor. Können wir uns kurz umsehen. Wir wollen schließlich Dünger holen. Ja, also bei mir bildet sich mittlerweile so eine gewisse Präferenz raus. Und von daher... Naja, lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, bis wir das entscheiden, was wir nun machen. So, wir wollen jetzt hier erstmal den Dünger finden. Mal sehen. Müssen wir hier irgendwie drin wahrscheinlich. Mal gucken. Lassen wir uns mal nicht abschrecken davon, dass wir hier beschossen werden. So, machen wir das mal Licht an. Sieht mal ein bisschen mehr. Sehen, ob wir hier überhaupt richtig sind. So, hier drin scheint es nicht zu sein. Von daher können wir uns jetzt sparen, die Tür aufzumachen. Das ist der nächste Protektor. So. Und der nächste Protektor ist nur noch Schrott. So, muss irgendwo hier oben sein. Ja, irgendwie kommt man Glück von der Seite aus da ran. Naja, wir werden es gleich wissen. Naja, da ist eine Feuerleiter. Aber auf die kommen wir irgendwie nicht hoch. Aber wir waren wohl schon halbwegs richtig. Na, das ist ja eine Geschichte hier schon wieder. Okay, das haben sie hübsch gemacht. Wie kommt man denn da rein? Verratet es uns. So. Wir können noch solche Protektoren mitmachen. Aber wir wollen eigentlich einen Eingang in das Haus finden. Das muss dann hier vorne nämlich eigentlich sein, denke ich mal. Aha. Hier haben wir eine ganz schmale Stiege. Okay. Nehmen wir den Protektor hier aber mit. Oh, der ist erledigt. Sehr schön. Und da haben wir wohl noch Mr. Handy. Aha. Okay, Mr. Gazzi. Okay. Eine Elite-Ausgabe von einem Mr. Handy. Oh, das ist einfach zusammengefallen. Okay, nehmen wir mal alles mit. Oh, wir haben eine Powerrüstung gefunden. Mit einem Fusionskern. Sehr nett. Und wir nehmen den Fusionskern mal raus. Die Rüstungsteile für Stufe 15 können wir wohl da lassen. Okay. Gut. Dann soll hier jetzt irgendwo Dünger zu finden sein. In der Kiste. Okay. Äh, Splittergranate? Ne. Ah ja, zweimal Sack mit Düngermittel. Gut, nehmen wir mit. So, eingestreckt. Dann sind wir damit fertig. Und dann sollen wir zur nächsten Farben. Wir schauen kurz auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen eigentlich da hoch. Und da ist kein Schnellreisepunkt für uns. Also machen wir das zu Fuß. Nachdem wir kurz weit getrunken haben. So viel Zeit muss sein. Nicht, dass wir ihn noch unterwegs verdursten. Das ist ja nicht nötig. So, warte mal kurz noch verdorben. So. So, was wollen wir aber zu trinken hier? Was haben wir denn hier? Nehmen wir aufbereitetes Wasser. So, sind wir voll. Sehr schön. Und dann machen wir uns um den Weg. Hier wieder die Feuerleiter runter. Und dann den Berg hoch. Und den Protektor, der hinter uns ist und uns beschießt. Den ignorieren wir hier flissendlich. So, müssen wir da drüben irgendwo hin. Mal sehen, ob der jetzt richtig ist. So, nehmen wir ein bisschen die Füße in die Hand. So, und der schließt sich in der Zeit schaffen. Fünf Minuten haben wir schon verbraucht knapp. So, muss ja hier oben irgendwo sein. Nehmen wir mal einen da beim Wasserturm. Oder wo ist das? Na ja, wir werden es gleich haben. Ja, der wird schon größer, der Marker. Muss denn hier oben auf dem Hügel sein. Ist das etwa eine Farm, die wir noch nicht kennen? Sieht beinahe so aus. Oh, gut. Und für den Rest werden wir dann auch die Schnellreise benutzen. Sonst wären wir ja nicht fertig. Wir könnten sonst ein bisschen knapp werden vielleicht. Muss ja nicht sein. Wir müssen jetzt ja nicht zusätzlich stressen. Oh, wir kriegen hier noch Stress mit den Maya-Lurks. Okay. Da gibt es eine ganze Horde hier von denen. Eigentlich müssen wir denen mal mit ein paar Granaten beikommen. Und die haben auch noch einen Ratskorpion dabei. Oh, das ist ja spannend. Mann, ich lasse das jetzt hier noch schief hier. Jetzt sind aber viele. Oh, kann man sich ja nicht auf ihn konzentrieren. Na, das ist ja irre. So. Irgendwas haben wir erledigt. So. Wir beschäftigen sich jetzt bei dem Ratskorpion auch mit den Maya-Lurks. Hm, die beinahe so aus. Wer war die Wesen? Die hätte man vorher sehen müssen. Dann hätte man denen nämlich ein schön bisschen was mitgeben können mit der Granate. Aber nüschluss. So. Der Ratskorpion hält sich hier tapfer in der Mitte. Und wir halten uns auch ganz tapfer. So. Das ist doch gleich erledigt hier. Versuchen wir mal irgendwie uns auf ihn zu konzentrieren. Sie haben hier so einfach in dem Ernst. Rudel hier. So eine sehr gute Mischung. Irgendwie fünf, sechs Maya-Lurks und ein Ratskorpion mittendrin. Und die halten uns ja davon ab, den Dünger zu verteilen. Na, das war irgendwie klar. Aha. Der Ene Maya-Lurks beschäftigt sich da auf jeden Fall mit... Ja, die beschäftigt sich miteinander. Sehr schön. Macht die Sache ein bisschen einfacher. So. So. So ein Ratskorpion weg und wir sind fertig. So. War das. So, wir nehmen einfach mal alles mit. Oh. Hervorragend. Und, äh... Ja. Eigentlich müssen wir uns so ein bisschen um unsere HP kümmern. Aber... Aha. Wir haben tatsächlich die Smith-Farm entdeckt. Die kannte man doch nicht. So. Jetzt müssen wir hier eigentlich richtig sein. Das ist doch so ein Düngemittel-Sprüher. Genau. Einmal haben wir das. Sehr schön. Gut. Wir sollen als nächstes da drüben zu der Farm. Dann würde ich sagen, das machen wir... Hm? Mit der Schnellreisejanz kurz. Sechs Kronenkorken und dann jetzt dahin. Sind wir auch schon da. Und wir haben noch eine ganze Gruppe da hinten von Maya-Lurks zu sehen. Und wenn wir mal versuchen, die nicht anzulassen. Und erstmal die Ghoule zu machen. Und denen dann mit den Granaten erstmal beizukommen. So. Das war die Sache mit den Ghoulen. Und da kommen jetzt die... Ne, die kommen nicht. Na, kommen sie? Kommen sie nicht? Wollen sie nicht? Na? Die haben uns ja noch nicht mal aufgeschreckt. Die möchten sich überhaupt nicht rühren. So. Jetzt holen wir nochmal eine Granate. Wollt ihr? So. Einen haben wir auf jeden Fall erwischt mit der Nummer. Ja. Auf Granaten reagieren die relativ gut. Sehr schön. So. Haben wir noch einen übrig. Gut. Dann machen wir den Rest damit. Machen wir. Ja. Das mein Digga gerade. Das wäre viel schneller angeht. Drüben bei der Smith Farm. Wenn wir das hätten mit den Granaten machen können. So. Und hervorragend. Wir haben noch eine Challenge abgeschlossen. Ein paar Kreaturen zu töten. Ja. Hervorragend. Looten die da ins Jut. So. Da drüben müssen wir wohin? So. Haben wir die jetzt hier schon mitgelootet? Scheinbar. Sieht so aus. Ne. Den noch nicht. Aber außerhalb der Reichweite. So. Ah. Hier ist auch noch ein Verschlag. Gut. Vielleicht gibt es da noch irgendwas knettet. Erstmal können wir hier. Aha. Die müssen wir erst reparieren. Sehr interessant. Dann wieder unsere eigenen Ressourcen mitbringen. So. Abgeliefert der Dünger. Haben wir hier noch irgendwas. Wird wir einsammeln können. Dann würde ich sozusagen. Machen wir mit. Weil. Wenn wir hier Ressourcen verbrauchen. Na. Dann füllen wir es doch gleich wieder auf. Oh. Nicht viel. Was haben wir hier? Ein Relics verdünnt. Okay. Gibt es da irgendwas noch? Was man sich anschauen kann? Ne. Okay. Sind wir wo fertig? Damit müssen wir bloß noch zu der Granninger Farm. Na. Da können wir ja fast einen Spaziergang hinmachen. Haben wir noch 10 Minuten Zeit. Okay. Ah. Da drüben könnten wir auch Dünger besorgen. Drüben an der Coralton Farm. Finde ich ja sehr interessant. Dass wir hier sondern noch weitere Farmen entdeckt hatten. Bei der Erlegenheit. Nun gut. Okay. So. Dann werden wir aber jetzt mal die Schnellreise rüber zur Granninger Farm wieder benutzen. Und uns da denn um die Versprühung des Düngemittels kümmern. So. Sehr schön. Sind wir schon da. Und da vorne haben wir offensichtlich ein paar Raider. Ein paar Raider Plümmeral. Und da hinten haben wir auch noch eine Honigbeste. Ich glaube wir sind hier auch richtig. Ne. Oder müssen wir da hin? Aha. Ne. Wir sollen da hin. Okay. Na gut. Dann werden wir uns bloß vorsichtig hier. Ganz selektiv. Nur mit dem Hammer um die Leute kümmern. Also um die Gule. Ich hoffe die Raider schmeißen und sich die Granaten umberäumen. Aha. Ganz schnell ja. So. Und erstmal die verbrannten Gläubiger weg. Gut. Und den Pack da hinten versuchen wir mal auch ein bisschen mit Granaten zu bearbeiten. Die sind da aber hart dran. Oh. Der hat auch irgendwas erledigt. Na die versuchen die Honigbeste da zu kriegen. Die Smeyerdorx. Ui. Der flog aber schön. So. Und da haben wir noch die Honigbeste hier. Dann machen wir die noch weg. Wir haben ja noch Zeit. So. Allericht. Und wir können alles looten. So. Das ging ja schnell. Ich glaube die ihre Siedler haben das schon kapiert. Die machen das nur anders. So. Aber nett dass uns hier die paar Raider geholfen haben. Naja. Bringt doch ein paar Vorteile mit denen verbindet zu sein. Wir haben ein bisschen wilden Mais. Den können wir bei der Ellingheit runterpflücken. So. Was haben wir hier? Da ist der Aerosolierer. Meine Güte. Was für ein Begriff. Oh. Wir haben keinen Dünger mehr. Ah. Okay. Wir haben ein Problem. Wir müssen erstmal rüber. Ich glaube in der Blackbeard Lounge wurde uns angezeigt. Dass dort Düngemittel zu besorgen ist. Ah. Okay. Das muss man aber auch wissen. Dass die Düngemittelsäcke einer pro Farm notwendig ist. In Ordnung. Gut. Was hat rausgefunden bei der Ellingheit? So. Warte. Das Event wiederholt. Jetzt etwas schneller. Hätte nämlich man mit der Schnellreise gleich hierhin gekonnt. So. Schauen wir mal. Man muss unten im Keller sein. So wie das aussieht. Führen wir mal schnell einen Weg da rein. Waren wir ja schon mal ein paar Mal hier in letzter Zeit. Seitdem wir uns bei den Raidern rumtreiben. Müssen wir wieder Verbrannte höchstwahrscheinlich sein. Da oben steht was. Jetzt sieht nach Verbranntem aus. Klingt auch noch Verbrannten. Ist ein Verbrannten. Ist ein Verbrannten. Ist ein Verbrannte. Der hat Rückstoß gekriegt. So. Eingesackt. Und wir müssen in den Keller. Mal sehen wie wir jetzt hinkommen. Ähm. Irgendwo mal hier in die Tür. Muss hier sein. Genau. So. So. Wann ist es schwierig zu hören. Hier? Nö. Okay. So. Wo kommen wir denn jetzt hier in den Keller? Durch das Loch? Mal sehen wie wir durch das Loch fallen können. Genau. Kürzen wir die Sache ein bisschen ab. So. Wo ist jetzt der Dünger? Jaja. Ihr seid eins. Ich weiß. So. Wo war denn jetzt hier der Zugang zum Keller? Ah. Wir werden schon finden. Haben wir noch sieben Minuten Zeit. Wir lassen uns nicht stressen. So. Wir gehen hier ganz müdlich. Die Treppe runter. Nehmen wir uns mal den Schrott noch mit. Der hier so rumsteht. So viel Zeit muss sein. Und da hat wieder unser Legendary Perk zugeschlagen. Und das Schloss gleich geöffnet. Und da haben wir noch einen verbrannten. Der hat sich hier im Keller versteckt. Der hat die meinem Nisch genutzt. So. Eingesteckte Zeug. Ah. Jetzt sind wir überladen. Das ist natürlich ungünstig. Dann müssen wir gleich nochmal hier an die Werkbank. Hier müsste doch eh eine sein. Wenn ich mich da richtig entsinne. So. Und nehmen wir hier noch mit was rumsteht. So. So. Jetzt muss hier irgendwo Düngemittel sein. Da drüben. Genau. Da ist hier so eine Kiste. Hervorragend. So. 308er Patronen sind auch noch drin. Die Mons eben sagt Düngemittel mit. Und jetzt suchen wir mal eine schnelle Werkbank. Muss da hier eigentlich irgendwo eh nur zu finden sein. Hier nicht. Ah. Ich glaube wir können das auch an der Armini... Ne. Die haben nur eine Braustation. Das ist ja ungünstig. Die war hier nicht mal eine... Hm. Ich bin der Meinung hier war auch mal eine richtige Werkbank. Nö. Nun gut. Der nicht. Und an der Braustation kann man nichts verwerten. Das ist ungünstig. Gut. Der müssen wir wohl da lassen. Ja. Gut. Dann werden wir wohl was mal aus dem Inventar entfernen. So. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da so eingesammelt? Können wir mal kurz noch hier Wicht sortieren. Dann geht das ein bisschen schneller. Ein kurzer Kampf hier wäre. Genau. Das kann weg. So. Dann sind wir immer noch überladen. Und eine Armbust. Na die kann auch da bleiben. So. Dann sind wir nicht mehr überladen. Hervorragend. Können wir jetzt die Schnellreise nehmen. Oder wir können es kurz zu Fuß machen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Also machen wir zu Fuß. Da haben wir noch ein bisschen was mit dem wir uns beschäftigen können unterwegs. Um die Zeit ein bisschen sinnvoll zu füllen. So. Wir müssen uns wieder da rüber. Mal gucken ob unsere Raider Kumpel noch da sind. So. Da war noch eine Blume. Die haben wir jetzt nicht gepflückt im Vorweilen. So. Was haben wir da drüben? Ach das ist ein Raider. Ja. Ja. Scheinen die ja die Farm für uns sicher zu haben. Das ist ja dann freundlich von ihnen. Die haben aber offensichtlich noch einen weiteren Meierlurk gefunden. Ach schade. Schon tot. Ich habe diese Typen gewarnt. Ist nicht meine Schuld, dass sie nicht hören wollten. Na ja. Meierlurks hören da ja nicht schlecht, wenn du dir eine Warnung entgegen berufst. Nun gut. So. Sehr schön. Und wir haben das Event abgeschlossen. Event Hornstrauch sterben. So. Dann gucken wir uns mal noch kurz die Belohnungen an, die wir kriegen. Radaway verdünnt. Ein paar Pfeile. Ein Single Action Revolver. Und 18 Hornsträucher. Na. Hervorragend. Wollte schon immer mal Hornsträucher haben. Ich glaube die haben wir noch nie gehabt. So. Wo sind die jetzt hier landet? Schauen wir mal eins kurz. So. Hornstrauch. Da ist es. Holz. Kann man vernichten für Holz. Na toll. Gut. Hm. War das net. So. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas nette Tier in der Nähe haben vielleicht. Sieht erstmal nicht so aus. Aha. Können wir mit dem Aufseher der Schießanlage sprechen drüben. Oh ja. Wenn wir schon hier sind und hier auf den Weg gemacht haben, können wir das eigentlich mitnehmen. Gut. Wollte ich sagen. Machen wir das. So. So. Sprich mit dem Aufseher der Schießanlage müssen wir da hin. Nehmen wir diesmal wieder den Weg zu Fuß. Ach jetzt. Jetzt sind wir auch noch überladen. Das ist natürlich ungünstig. Gut. Dann müssen wir wunderbar was loswerden. So. Erstmal schmeißen wir die Pfeile weg. Die brauchen wir nicht. Single Action Revolver brauchen wir auch im Prinzip nicht. So. Dann sind wir nicht mehr überladen. Dann können wir unseren Weg fortsetzen. Sehr schön. Die Schießanlage ist ja hier gleich vor unserer Nase im Prinzip. Muss eigentlich gleich da sein. So. Hier können wir noch mehr Holz mitnehmen. Clubholz haben wir jetzt genug gekriegt. Wir schauen mal ganz kurz in den Wohnwagen. Ob sich hier nicht vielleicht eine Werkbank findet oder irgendwas brauchbar wird. 5,5,6er Patronen wird empfindlich als sehr brauchbar. Sehr schön. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen mal zu essen. Ein paar Meeresfrüchte. Nur dann nehmen wir die da gleich. So. Hier ist ein Blanko Make Cheese. Wird auch eingepackt. Sehr schön. Gut. Ah da ist noch eine Chembox mit dem Psycho. Sehr nett. Gut. Gut. So. Mal gucken wo der Aufseher sich jetzt hier versteckt. Warte haben wir hier noch. Das ist scheinbar wohl ein Generator. Und ein alter Swimmingpool. Okay. Gut. Die ja Party gemacht. Sieht ziemlich wild aus hier. So. Freund Aufseher der Schießanlage. Wo bist du? Mr. Handy komm raus. Ach ne. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Aha. Das ist doch ein bisschen weiter weg als ich es in Erinnerung habe. Mute. Toxic Valley ist so lange her. Hier waren wir mit. Unter Level 20 glaube ich. Das ist nun ein paar Tage her. So. Da vorne ist die Schießanlage. Genau. Drüben links sind die Schießstände zu sehen. Bis wir sind jetzt in der Mitte. Okay. Mal sehen. Und da drüben wir mal eine Radkackalat. Genau. Großartig. Na das ist ja irre. Die ganz brandgefährlichen Gegner hier. Da ist einer. Oh. Da ist noch eine. Da ist erledigt. Und die ist auch gleich erledigt. Gut. Noch eine. Da hinten ist noch eine. Nicht weglaufen. Machen wir das erstmal weg. Bin ja immer dafür. Das Uniziefer im Ötland zu vernichten. Oder zu beseitigen. Da drüben mal schon wieder Meierlöck. Sind aber heute ein bisschen inflationär hier die Meierlöcks. So. Nehmen wir mal die ganze Radkackalackenfleisch mit. Sehr schön. So. Aufseher. Wo bist du denn jetzt? Müsst du da eigentlich direkt zu sehen sein schon. Staunig. Wie da? Er macht einen dicken Ausflug. Er scheint da drüben in der Hütte zu sein. Hat den da jemand eingesperrt? Kann sein. So. Na dann mal Türchen auf. Da ist er. Ach wir kommen von hinten. Alles klar. So. Ein Gast. Die Ziele sind schon wieder zerfetzt. Keine Ahnung ob diese Köter oder das Gewitter neulich daran schubt waren. Irgendein Dummkopf hat mich so programmiert, dass ich aufgebracht bin, wenn nicht stets neue Ziele vorhanden sind. Ach. Dabei könnte ich wirklich ihre Hilfe gebrauchen. Warum Blechdosen von Steinen schießen, wenn sie ein echtes Ziel ins Visier nehmen können? Okay. Haben wir das. Und wir haben eine neue tägliche Quest. Uns wird aber jetzt gerade nichts angezeigt. Finde ich interessant. Früher haben wir Waffen und Munition verliehen. Die müssen gestern jetzt aber selbst mitbringen. Okay. Gut. Also müssen wir uns für die Quest erstmal einschalten, so wie das aussieht. So. Wo haben wir sie denn? Tägliche Quests. Da sind sie. Viele, viele Ziele. Da ist er auch schon. Besorge neue Papierziele. Okay. Wo müssen wir hin? Zeig uns das mal an. Aha. Wir müssen wieder rüber zur Smith Farm. Bloß gut, dass wir die vorhin bei den anderen Quests entdeckt haben. Nehmen wir die Schnellreise. Ach ne, wir nehmen nicht die Schnellreise. Wir sind wie bei Laden. Haha. Dann haben wir das Zeug nicht einsammeln sollen. Naja gut. Okay. Wir müssen ein bisschen was loswerden. Auch nicht schlimm. So, was haben wir denn hier noch? Mal gucken. Was haben wir denn so eingesammelt, was schwer ist? Ne Schrotflinte. Ja, das lohnt sich. Dann ist das nämlich gleich erledigt. Gut. Also, Schnellreise zur Smith Farm. Erfreulicherweise sehen ja die Schnellreisen auch wirklich unendlich schnell. Man muss so eine kurze Strecken überbrücken. So, wo müssen wir jetzt hin? Da drüben irgendwo. So, mal sehen wir, ob uns hier wieder irgendwas auflauert. Sieht aber nicht so aus. Total ruhig. Na gut, wir waren ja schon hier. Was soll hier sein? In der kurzen Zeit. So, Kiste mit Schießzielen. Nehmen wir die mit. So, eingesteckt. So, da drüben wir noch ein paar Patronen. Das sind zwar Schrotpatronen, aber kann man trotzdem einstecken. Und ein bisschen Schießpulver. Okay. Haben wir zwar schon haufenweise, aber es ist okay. Ja, was haben wir hier noch? Ein Herumtreiber-Outfit. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Wir nehmen das einfach mal mit. So. Und jetzt sollen wir die Ziele auf der Schießanlage aufstellen. Nun gut. Hier ist keine Zeitbegrenzung. Von daher würde ich sagen, doch mal auch mal. Vielleicht können wir ja noch irgendwas unterwegs entdecken. Vielleicht haben wir ja wieder den Mr. Bandit-Handy, der uns ausräumen möchte. Nö. Ah, ne. Aber wir haben ein kleines Zelt. Okay. Können wir kurz vorbeischauen. Können wir eigentlich bei der Illenheit oder das Meierlerk falsch kochen. Und wir haben ja jemanden gefunden, der offensichtlich viel Spaß daran hatte, Brettspiele zu spielen. Ein Blastratis-Brettspiel. Autopsie, fangen den roten Roboter und die Unaufhaltsam-Brettspiel. Und Gruselstunden Mr. Fuzzy und Naschkatzen Mr. Fuzzy. Okay. Gut, wer weiß. Wir hatten ja mal von zwei vermissten Mädchen gehört, die sich da nicht so ganz grün waren. Na ja, grün kann man dazu nicht sagen. Wo die eine versucht hat, die andere zu bevorteilen, ist lange, lange her. Oh, wir haben aber jetzt einen Super-Mutanten. Nur dem helfen wir mal, sich seiner Schmerzen ein für alle Mal zu entledigen. Ja, stimmt. Ja, das tut mir leid. Ja, schwächlich, ja. Ist nicht mit ihm ein Schmerzen. Mysteriöser Stachel, na, das ist ja sehr interessant. Aha. Noch ein mysteriöser Stachel. Aha, und Müllhaufen. Das sieht aber ganz anders aus. Das sieht eher nach dem Todeskrallenhäufchen aus. Na ja, gut. Okay, wir denken mal nicht drüber nach, wo wir das Zeug jetzt her haben. Aber ein mysteriöser Stachel ist in der Tat mysteriös. Hat man auch ja nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, als würde ich das jemals gelootet hätten. So, jetzt erstmal zurück zur Schießanlage. Wir sollen ja schließlich die Ziele aufstellen. So, offensichtlich sollen wir fünf Ziele aufstellen. Wenn ich da die Anzahl der Questmarks hinten richtig zähle. So, was haben wir denn da hinten? Wir haben auf jeden Fall ein paar verbrannte. Ne, Gule haben wir. Okay, nur dann machen wir mal ein paar Schießübungen, würde ich mal sagen. Fangen wir da mit an. Mal sehen. Da steckt der sich. Ist nicht nett. Ich glaube, wir könnten aber auch unsere Munition sparen. Vor allem, wenn wir daneben schießen. Das ist besser. Wir sparen sie. Oh, der ist alledig. Erstmal einschießen. Dann geht das auch besser. Oh, kommt wenigstens weh. Wenn ihr in den Dark-Kampf kommen wollt, bitte. Dann kriegt ihr einen Superhammer. Für die DT-Meo-Hernzut. So, müsste eigentlich noch Ena sein. Na bitte, da ist er auch schon. So, da war viel zu langsam. So, warte, die Sache mit den verbrannten Villengulen. Äh, nee, nur mit den Villengulen. So, dann werden wir mal die Ziele aufstellen. Einmal. Aber er hat schon recht. Wie der Aufseher schon gerade eben sagte bei der Einführung. Macht mehr Spaß auf, naja, lebende Ziele zu schießen. Auf echte Ziele oder auf sich bewegende Ziele. So. Aber fünf Ghoule ist ein bisschen wenig. Tja, ich war schon abgeschlossen. Der Ding ist ja schnell. So, und was kriegen wir denn? Drei Stimpex, verdünnten Baseballschläger und eine kurze 10mm-Patrone, äh, Pistole. Und wir haben fast das Level ab, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann sollten wir mal ganz kurz in den Pip-Boy schauen. Moment mal. So. Ja, also da ist ja nicht mal mehr ein Strich zu sehen. So, das heißt, gehen wir mal kurz nach. Ich glaube, wir gehen hier kurz mal zurück. Und gucken, ob wir noch ein paar Protractons finden. Hier drüben stand ja auch eigentlich, ähm, jetzt ist er weg mittlerweile, der Meierlörg. Hätten wir uns um den kümmern können. Ansonsten, wenn wir mal kurz am See vorbei schauen, da könnte ja unarbeit sein. Oh, was haben wir da drüben? Aha. Äh, okay, wir haben wirklich erst einmal den Meierlörg. Der ist immer noch da. Ist jetzt ein bisschen über, ein bisschen Verspendung, dem 1, eine Granate hinzuwerfen. So. Machen wir die Meierlörg erst mal weg hier. So, ist er erledigt. Und wir haben noch eine Score-Challenge abgeschlossen. Und wir sollten ein Level-Up erreichen, so wie es aussieht. Genau, und wir sind Stufe 1, 101. So, ja, sehr schön. Gut. Hervorragend. So, dann werden wir mal hier in den Diner gehen. Denn den kennen wir noch nicht, was ich gerade sagen wollte. Den haben wir noch nie uns angeschaut. Oh, wir haben noch einen weiteren Ghoul gefunden. So. Nicht nur in. Drei. Naja, wahrscheinlich die ganze Belegschaft hier. So. Heute die Sache mit den drei Ghoulen hier. Was war denn das jetzt noch? Ach. Da ist hier noch versteinert, da zerfallen. Okay, gut. So, looten wir kurz die Ghoulen. Nehmen uns mal den Mentats mit. Den Charleston Herold, der darf da bleiben. Was haben wir da noch? Den Medex. Genau. Eingesteckt. Noch irgendwas? Bisschen Wasser. Abgekochtet Wasser. Sehr gerne. Eine Keramikschale. Nee, die darf da bleiben. Und wir können mal unser Glück hier an dem Esotronic-Port in Deiner versuchen. Na? Da wird natürlich wieder nischt. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas nettet finden. Nahrungsmittel-Dehydrierer. Das muss ja nur nicht sein. So, wir brauchen jetzt aber eigentlich auch bei der Gelegenheit eine Werkbank. Wir sind nämlich überladen. Also können wir ja nicht mehr zurück nach Crater. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns ja noch kurz um und machen uns auf den Weg zurück nach Crater. Ja. Ich hatte ja jetzt hier eigentlich auch überlegt, ob wir nicht heute vielleicht nochmal eine Operation machen. Aber das war die gleiche mit dem Verbindungstheoret. Jetzt weiß ich nicht, ob da jeden Tag die gleiche kommt. Wir haben mir das in der Vergangenheit nicht angeschaut. Also ob es da bloß die Sache mit dem Verbindungsgerät gibt. Nö, jeder immer so ran. Das Spiel soll mir das sagen. Ich muss da eigentlich irgendwas nachlesen. Ich lese meistens erst hinterher nach. Um mir dann vielleicht so optimieren, was man gemacht hat. Und da drüben haben wir eine Meierleur-Kühne. Und das muss nun wirklich nicht sein. Nö, das muss jetzt nicht sein. So, das sprengt jetzt komplett den Zeitplan. Nee, 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 nee. Da kommen wir in den Accreditor zurück. So, wo ist denn hier das Schloss? Wo ist denn hier der Punkt? Lass uns rein. Dank Legendary Skill oder Perk. Na, das war ja sinnvoll. Ah, na gut, okay. Hier wäre man nicht anders drin gekommen. Schade, Jebs. Keine Werkbank. Dann werden wir mal ihn gesucht. Hier haben wir noch ein Fischer-Outfit. Können wir Fischer-Incrater mitbringen. Freut er sich bestimmt. So, was haben wir hier? Eine Nuka-Cola. Eine Whisky-Flasche mit einer Mütze drauf. Mit einem Mini-Terr-Baret drauf. Naja, nehmen wir mal mit. Jetzt ist Oreal. Da drüben wir noch eine Kiste. Dann werden wir uns mal der widmen. 44 Patronen, Haarklammern und Schießpulver. Und leere Benzinkanister. Nun jutt. Okay. So, was haben wir hier noch? Munitionskiste. Oh, Schießpulver drin. Und Pfeile. Die Pfeile dürfen aber da bleiben. So, Blutpaket und abgekochtet. Was er hier im Erste-Hilfe-Kopf war. Noch ein Lego anbissen. Sehr nett. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was unser Inventar sagt. Er sagt, 11 Pfund überladen. Was haben wir denn da? Können wir noch irgendwas da lassen? So, 10 mm Automatikpistole. Und eine behandelte E-Polzerte Lederrüstung. Ich glaube, die darf erstmal da bleiben. Und der Baseballschläger hier, der sagt mir auch gerade nicht zu. Also lassen wir den auch hier. So, und hier haben wir noch eine 10 mm Pistole. Na, dann bleibt die Ona hier. Dann sind wir nämlich nicht mehr überladen. Und können jetzt einfach hier runterspringen. Und uns auf den Weg in Richtung Krater machen. Und uns dem, was haben wir da vorne? Einen jungen Snalligaster. Na, dann kümmern wir uns um den Snalligaster. Oh, geht aber jetzt aus. Der Treffer. Jetzt sah ich das. So, hervorragend. Der ist gleich sehr freudig zurückgesprungen. So, Snalligaster Leder. Hoher ist best. Wir haben noch einen Snalligaster. Den kranken diesmal. Gut. Kommt der Ona weg. Da soll ich aufhören, so ein grünes Zeug zu versprühen. Zu verspritzen. Und jetzt ein Schwierabladen. Okay, also die Sache mit der Werkbank wäre jetzt wirklich mal ganz dringend. Im Übrigen. So. Gut, ist egal. Wir werden unseren Weg schon machen. Beziehungsweise wir werden jetzt schon zurück nach Krater schaffen. So weit ist ja nicht mehr. Wir werden doch sicherlich irgendwo noch eine Werkbank finden. Haben wir hier in der Hütte eine? Gucken wir mal kurz rein. Nun jöt. Hier scheinbar nicht. Danko Make Cheese finden wir unten. Bekanntes Rezept. Wie spendieren wir uns gerade keine Werkbank? Na jöt. Jetzt hat kein Lust mich schon wieder darum zu kümmern eigentlich. Na ja jöt. Okay. Dann würde ich mal sagen. Gehen den Hügel hoch. Können wir mal gucken wie weit das noch ist. Eigentlich sollte das ja nicht mehr so weit sein. So. Irgendwie hier hinter dem Hügel. Da vorne ist das eigentlich auch schon zu sehen. Joa. Kurzes Stück bloß noch. Wie sieht das denn? Gibt es da draußen an der? Hm. Gibt das hier eine? Ne. Da haben wir ja vorhin gesucht. Aber im Keller. Eigentlich müsste draußen auch eine eben. Na gut. Hier war mal wie gesagt eine Powerrüstungsstation in den Schuppen. Aber die gibt es nicht mehr. Die haben die Raider wohl rüber verlagert. Aber das hat man schon mal fast gestellt, als wir hergekommen sind. So. Wir schmeißen hier mal das weg. So. Muss ja nicht sein. Können wir nämlich richtig laufen. Macht ja keinen Spaß. So. Dann sind wir gleich wieder zurück in Kraita. Ja schön. Und hier noch irgendwas unterwegs? Ein paar verbrannte? Ne. Wir scheinen noch Gulles zu haben, wie das aussieht. Joa. Vertrocketer wilder Gull. Oh. Der fällt gleich zum Boden. Na was hat der denn? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Spill getroffen haben. Na ja gut. So. Dann werden wir uns mal dahin begeben. Und erstmal noch den Gull hier mitmachen. So. Sehr schön. Noch mutierter Farm. Farm. Nicht farm. Farmen hatten wir am Anfang der Folge. So. Wir sind gleich wieder zurück. Sehr schön. Wo ist noch hier hinterm Berg quasi? Na ja. Hügel. Nein. Nicht ganz. So. Noch ein Gull, der so auf dem letzten Meter mit uns spielen möchte. Ne. Noch ein Meyerlörg irgendwo jetzt zu sehen gewesen. Wer weiß, wo der jetzt wieder ist. Aber nicht vor uns. Der steht uns jedenfalls nicht im Weg. Nö. Gut. Haben wir mal hier wieder ein bisschen Toxic Valley unsicher gemacht. Äh, sicher gemacht natürlich. Genau. Gegenteil davon. Joa. Jetzt sind wir zurück in Crater. Ja, schön. Hat auch Spaß gemacht. Der kleine Ausflug und hier die zwei täglichen Quests. Wo wir zu sagen. Joa. Sollte sie doch für heute so gut wie wieder gewesen sein. Joa. Also wie gesagt. Für die Raider oder beziehungsweise Sieler habe ich mich noch nicht entschieden. Gibt aber mittlerweile bei mir eine ganz eindeutige Präferenz. Ich verrate wie gesagt noch nicht wartet es. Aber dazu kommen wir dann in einer der nächsten Folgen. Für heute soll es nicht hier nämlich wie gesagt erstmal gewesen sein. Wir sind zurück in Crater. Und dann schauen wir mal was wir in der nächsten Folge machen. Wie gesagt für heute soll es nicht gewesen sein. Die Koffie ist ja doch beim nächsten Mal. Wenn es denn hier mit Fallout 76 weiter geht. Wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's fein. Ciao ciao. Und bis bald.